Ich bin Sakushu und mein Kanal YouTube.com slash Sakushu wurde jetzt gestern gelöscht am 27.11. Ich habe bei Google dieses Formular eingereicht, dass man das irgendwie nochmal beantragen kann. Aber dann haben wir die einfach geschickt, dass es jetzt nicht mehr möglich ist. Wenn du hier gerade mich gekannt hast oder irgendwie denkst, dass du viele Abonnenten hast, die auch irgendwie meine Abonnenten sind, würde es mich echt freuen, wenn du einfach das Video hier re-uploadest oder so. Und die Beschreibung übernimmst und den Titel vielleicht irgendwie auch so in die Richtung, dass man irgendwie Hashtag Sakushu noch reinschreibt. Dass man dann da auf meinen Kanal irgendwie kommt oder so. Und dass halt Leute, die nach meinem Namen suchen, das irgendwie finden. Ja, sonst versuche ich jetzt irgendwie die Videos wieder irgendwie zu bekommen, weil die sind ja auch einfach alle gelöscht. Ich habe da jetzt auch momentan keine Backups. Ich versuche die gerade wieder irgendwie herzustellen. Aber es sieht jetzt nicht so ganz gut aus. Und sonst melde ich mich auf dem Kanal hier wieder. Ich werde ein paar Videos, die ich noch habe, wieder hochladen. Zum Beispiel den Distract. Und sonst, ja, mal gucken, ne. Also, ja, danke an jeden, der mich jetzt unterstützt und jo, haut rein.